Ja, hallo zusammen zur letzten Titan Quest Aufnahme für heute, wo ich ja kurz vor Ende der letzten Aufnahme mal eben ganz kurz verstarb, was nicht schön war. Was mein... äh, wo bin ich denn gestorben? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Hallo? Aha. Ich glaube, da unten ganz verminial ist täuscht. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich glaube, das war so, dass diese Magier-Arschlöcher so ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Hallo? Ja, schau mal. Oh ja. Oh ja, da ist mein Grab. So. Der Nächste, bitte. Möchte jemand? Ich möchte dich. So, wir ziehen uns mal eben zurück. Ja, 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 ja. Damit die dicke Königin sich da nicht einmischen kann. Warum habe ich da nochmal gedrückt? Einfach nur durchziehen, hätte geholfen. So, scheiß Magie. So. Jetzt haben wir noch die Chefin. Na dann. Lass den Rotz. Was an Lass den Rotz war jetzt nicht zu verstehen? Blöder durch. Blöder durch. Ah, komm, nun fall um. Fall um, sagte ich. Einfach umfallen. Na, also. So, damit hätten wir diese Quest auch erledigt. Die Drops sind so scheiße. Es kann einfach nicht angehen, ne? Ist unfassbar. Okay, eine Quest erledigt. Noch einige to go. Aber ich glaube, damit haben wir diese Höhle mehr oder minder. Ne, da oben geht es nochmal weiter. Na super. Na super. Das hätte jetzt genau, genau das wollten wir jetzt. Ja, die letzte Aufnahme, Titing Quest für heute, da habe ich die für die Woche voll. Die vierte Rennart parallel im Hintergrund. Und dann wollen wir mal gucken. Dann werden wir gleich noch ein bisschen. Können Dorn aufgenommen. Ah, komm, entspann dich. Ja, nochmal wieder ein bisschen Gold, aber auch sonst nix. Da geht es auch nicht weiter. Gut, dann machen wir uns hier wieder vom Acker. So, dann mal eben ein Portal, den können wir nicht festen, wie auch wir abgeben. So, du leuchtest auch gleich mal mit gelben Ausführungszeichen. Du hast es. Ja. Das Siegel der ersten Apokthesis. Ich werde es sofort an seinen angestammten Platz zurückbringen. Die Formiziden können die magischen Auren des Heinz nicht durchdringen. Ich bin gerettet. Vielen Dank. Naja. Beißende Archonschapter hast und 30.000 EPs. Vielen Dank noch einmal. Jetzt, wo das Siegel wieder im Lager ist. Ja, halt die Fresse. Wir gehen mal über die Fresse. Dies ist kein Ort für Mannsbilder, aber ich komme schon zurecht. Ja, ja, ja. Auch nichts Tolles. Man weiß es nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Bis dahin. So, weiter geht's. Fest erledigt. Ja, Jungs. Geht's denn hier nirgendwo runter? Wollt ihr mich verarschen? Nee, hier geht's nicht. Äh, das sieht aber echt so aus, als wenn es hier vorne irgendwo runtergehen würde. Tut es aber nicht. Ah, hier. Nee, auch nicht. Auch nicht wirklich. Äh, wo geht's denn hier runter? Hier irgendwo, ne. Das war ja die Höhle. Ich fühl mich grad so ein bisschen verarscht. Spiel, mappst du mich gerade? Oder hab ich da einen Durchgang verpasst? Da ist eine Höhle. Aber da können wir nicht runter. Hä? Äh, bin verwirrt. Und hier kommen wir ja schon wieder zum Hain zurück. Hier ist auch nichts mehr zu vergründen. Muss ich doch nochmal in die Höhle und hab da irgendwas verpasst. Irgendein Durchgang oder so? Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, hier ist auch nichts weiter. Dann doch vielleicht durch die Höhle durch. Aber ich wüsste nicht wo, ehrlich gesagt. Da nicht. Wo könnte denn ein Durchgang? Da vielleicht. Gucken wir mal, ob das ein Durchgang ist. Sieht ein wenig danach aus. Ja, ich glaube, oder? Ja, 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 da. Genau, hier muss man raus. Hey, Freunde. Ach, das sind ja auch gleich wieder ganz schön viele. Könntest du das mal lassen, stehe ich nicht drauf. Echt nicht. Vor allem stehe ich nicht drauf, mit dem Bogen geschafft zu werden. So, gar nicht. So, gar nicht. Ach, ja. So, das waren die. In einer Qualitätstruhe mit nichts. Das kennen wir ja nicht anders. Hä, war hier nicht eben noch? Wohl nicht. Hallo. So, das war ein Jahrschlächer. So. So. So, das war die Arschwecke. Und wieso habe ich hier wieder... Okay. Toll machst du das, ganz toll. So, lalala. Na, da können wir gar nicht lang, wenn wir es nicht erlangen. Ganz schön viele. Hallo. So. Das war das. Ei Arschloch. So. Ach, das sind aber auch wieder ganz schön viele. Lass das. Aua Arschloch. Wer von euch ist denn der... Alter Schwede. Lass das mal bitte. Ja, 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 ja. So, und jetzt wir beide. Freunde. Aua. Ich sagte bereits Aua, oder? Mann. Penner. So. Ja. Super. Super. Ganz toll. Ganz klasse. So. Aufhören wir mittlerweile. Das ist echt. Ich will doch nur mal wieder einen vernünftigen drauf. Irgendwas, was ich auch gebrauchen kann. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? So. So. Fine. Na, siehst du mal nochmal aufgestiegen. So. Den Aufstieg machen wir jetzt noch kurz. Na, wir machen nochmal den hier. Lass mich. So. Den machen wir jetzt nochmal kurz. Äh, ja. Ich möchte nur gerne wissen, was wir tun. Neuer Mut. Eiserner Villa. Kampf durch Black. Ich möchte an sich. Deckung finden. 12 Prozent Bewegung. Ich weiß nicht. Was war das hier? Jagdruf. Aha. Okay. Den finde ich ja auch ganz cool, ne? Ja. Da. Ein hier rein. Und zwei da rein. Muss ja aktiviert werden. Da steht jetzt nichts dabei. Ich glaube nicht. Und dann nochmal hier. Äh. Hahaha. Packen wir mal wieder zwei Punkte in Intelligenz, weil das ist auch so ein knappes Ding irgendwie. Jagdruf. Keine Ahnung, wie lange der jetzt vorhält. Da steht jetzt nichts bei. Steht nichts bei. Mhm. Und dann möchte ich noch. Ich möchte noch. Ich möchte noch. Ich möchte noch. Wo ist er denn? Kunst der Jagd. Das ist dann die 8, oder? Ja, die 8. Wollen wir mal schauen. Hallo? Ne, dann bin ich die 8. Verdammt. Warum ist das nicht die 8? Ach, scheiße. Das ist ja auch. Äh. Könntest du dir mal aufhören? Heute Studio. Könntest du dir das mal lassen? Äh. Okay. Jetzt bin ich ja verwirrt hier. Achso. Moment mal. Warum? Warum funktioniert die 8 nicht? Ich habe die irgendwie anders drauf gelegt. Ah, Tastenzuweisung. Das ist doch die 8 auf der 10er Tastatur. Okay. Warum funktioniert das nicht? Also. Aktivieren. Ich will das nur mal testen. Warum der jetzt nicht? Egal. Warum funktioniert die 8 nicht? Kann mir das mal verraten? Ach, das ist die 7. Okay. Das ist ein eigenes Argument. Warum ist das hier die 7? Hä? Ist irgendwas mit meiner Tastaturzuweisung komisch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na gut. Wir wollen jetzt aber nicht sterben. Nein, nein. Das wollen wir nicht. Dann muss das ja. Ach, die 6 ist noch nicht wieder aufgeladen. Komm, laden wir eben die 6 auf. Dass ich sie wieder benutzen kann. So. So. Die Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich nice. Na, das muss man ja mal so sagen. Was gibt die uns? 18 Schaden, so 15% Angriffsgeschwindigkeit, 33 Schaden gegen Tiermenschen, la la la. Das sieht ja schon mal aus. Mehr Schaden gegen die Viecher ist natürlich nice. Und schneller sein ist auch nice. Da kann ich mit um. So soll es sein. Ist sie schon wieder weg. Wartet mal. Damit habe ich sie jetzt. Ach, die hält nicht lange. Der hält nicht lange. Das ist das Problem. Na ja. Wir machen jetzt das hier nochmal eben ganz kurz und dann beendet die Folge. So. 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 Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich für diese Woche. Wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und dann bis nächste Woche dann. Tschüss.